Mitten bei der Besichtigung, Leute, schauen wir uns gerade an. Ich guck schon, hier könnte man so einen geilen Schreibtische machen und immer in den Garten rausgucken. Heute machen wir einen wichtigen Schritt zum Auswandern, denn wir schauen uns zum ersten Mal potenzielle Häuser an. Guten Morgen, Leute, aus Mallorca, aus einem Auswanderungstraum. Ihr habt es vielleicht im letzten Video mitbekommen, Shani und ich wollen wirklich nach Mallorca ziehen. Und wir probieren es gerade mal so ein bisschen aus unserer kleinen, oder kleines Übertrieben, aus unserer ziemlich großen Finca, wo du halt morgens aufstehst und einfach am Meer bist, einen eigenen Pool hast. Ja, und ich habe im letzten Video gesagt, das ist zum Verkaufen, das seht ihr das Schild da? Ich meine, wir haben es einfach über Airbnb gemietet, aber da steht halt so ein Schild, das ist for sale, man kann das kaufen. Und wir waren hier in der Stadt unterwegs und haben es tatsächlich bei einem Makler gefunden. Da ist man einfach nur sein Eis und auf einmal findet man sein eigenes Haus. Da haben wir auch den Preis. 3.200.000 Euro. Was sagst du dazu? Sag nichts, das ist zu teuer, ja, ja. Es ist aber auch riesig, es ist viel größer als das, was wir brauchen und es ist auch eine kranke Lage direkt an diesem Monster-Strand. Der ist jetzt in der Hochsaison sehr gut besucht. Wir wollen eher was ruhigeres haben, also Meerblick wäre natürlich krass, aber es soll ein bisschen ruhiger sein. Ihr bekommt gleich noch eine vollständige Tour hier aus der Finca, aber erst mal, was macht man morgens? Ich habe schon die richtigen Sachen an, hier Sport und das können wir nämlich auch hier machen. Das Training geschafft, weil es das allerbeste ist. So, weil ohne geht es direkt danach ins Meer. Wie nice ist es, Leute, aus dem eigenen Haus einfach ins Meer sprengen zu können. Jetzt ist es Zeit für Frühstück. Was hast du gemacht? Ich habe ausgesehen, dass Baguette im Wacken vergessen hat. Deswegen riecht es hier so. Oh. Das ist nicht zufällig ein Vollkorn-Baguette, ne? Ich wollte ein warmes Baguette, aber ich habe ein neues gekauft. Einmal Avocado, Tomatelonis und frisch gepresste Orange. Brav aufgegessen, Leute. Frühstück geschafft. Willkommen zur Roomtour. Das ist unsere Villa. Hier, reinspaziert. Kommt rein in unser Riesenhaus. Wir haben das ein paar Stunden, bevor wir angekommen sind, erst gebucht. Und ja, kleine Roomtour. Das ist das Wohnzimmer mit schön bequemem Sofa. Mit einem sehr, sehr coolen, riesig langem Esstisch. Was glaubst du, wie viele Betten wir hier haben? Wir haben acht Betten. Ich habe nicht gezählt. Ich sage, wir haben locker zehn Schlafmöglichkeiten. Okay, ich sage acht. Check. Dieses Haus war viel zu groß für uns. Auch nicht ganz unser Stil, weil das Einzige, was so kurz für sich verfügbar war. Wir haben trotzdem dabei viel gelernt, was für uns denn wichtig ist jetzt. Auf der Suche nach unserem eigenen Haus, bevor gleich die erste Besichtigung kommt. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon gewonnen. Schlafplatz neun und zehn. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt noch der Master-Bettroom. Ganz knapp habe ich mich ja dann nur verschätzt. Willkommen im Master-Bettroom. Mit Schlafplatz Nummer elf. Der ist nämlich nur für mich. Wenn wir beide hier in Aus wandern, würde ich so ein balinesisches Himmelbett hier hinstellen. Oh, Felix, wieder der Romantiker. Ich würde alleine liegen wollen. Ja, genau. Aber wisst ihr, Leute, so ein Bett, wo man draußen liegen kann? Oh, richtig gut. Ja, dann Garagen einfach. Da haben wir auch noch mit Garage. Ein eigenes Auto kann man ja auch mit der Fähre hierher bringen. Dann hier unten die Terrasse und da drunter noch. Da haben wir gefrühstückt. Und in die Richtung sieht man schon das Wichtigste, nämlich den Pool. Also eine Sache will ich sagen, Felix. Wenn wir ein Haus bekommen, nicht so groß, weil ich habe Angst. Leute, ich habe richtig Angst. Schaut euch das mal an, das sieht ein bisschen aus wie ein Horrorfilm hier, oder? Komm schon, Achtung, mach mal die Tür auf. Ja, ich habe vergessen, euch den Keller noch zu zeigen. Zu gruselig für dich, sowas? Jetzt geht's. Tagsüber bin ich... Im Märchen gerade dieses Geräusch nach, alleine. Aber ist es schon praktisch, weil du das die Garage trägst hier. Kannst du halt ein Auto hinstellen. Ja, genau. Hier den Film Unbekannte Abfälle, der durch die Garage reinkommt. Und dann hier eben den Fitnessraum, wo du halt aufmachen kannst. Auch zum Meer, ich habe es vorhin schon gesehen. Ist schon sehr geil, aber gib mir wieder hoch. Kannst du schon was auf Spanisch eigentlich, Felix? Hola, amigos. Que tal? Que tal super? Das ist auf jeden Fall die Kitchen. Kaffeemaschine müsste ich halt, ne? Ausdeutschen herbringen, das ist wichtig. Raus ist die Küche und hier ist der Pool. Beziehungsweise erstmal davor, hier ist unsere eigene Treppe zum Strand. Also hier gehst du jetzt 10 Meter runter und du bist am Strand. Und an einem Megastrand. Wenn du aber nicht da sein möchtest, dann kannst du hier einfach am Pool. Das ist wirklich das oder der Hauptgrund, warum wir überhaupt überlegen auszuwandern. Weil wir arbeiten eh von überall aus. Aber wenn man dann mal zu Hause ist, dass man dann nicht nur in einer Kölner Wohnung sitzt, sondern das direkt zu Hause hat. Sich hier in die Sonne legen kann, die Sonnenstrahlen genießen. Und wenn man möchte, dann auch einfach in den Pool springen kann. Was für ein Luxus das ist, wenn man seinen eigenen Pool hat. In so einem Land, wo man auch einen großen Teil des Jahres den wirklich nutzen kann. Ich meine, ich bräuchte das ganze Haus nicht. Also ein Großteil von Haus ist komplett unnötig, diese ganzen Zimmer. Da ist ein kleines Gästezimmer und ansonsten ein schönes, großes Schlafzimmer für uns. Wohn- und Esszimmer kombiniert mit einer Küche drin und dann eben so ein bisschen den Außenbereich, wo man einen Pool hat. Meerblick ist natürlich Killer, aber selbst wenn man keinen hätte. Pool. Pool ist wichtig. Ja, das ist irgendwie so eine friedliche Oase zum Chillen. Ich bin einfach, seitdem ich in Indonesien war, bei Cheng und Sabibu. Cheng, was hast du mit Felix gemacht? Der kommt zurück und sagt zu mir, Shani, wir wandern aus. Ich bin so, okay. Ja, nicht, wir wandern aus. Ich bin eigentlich erst mal umziehen. Und dann habe ich auch einen Podcast seit lange mit der Bergmann darüber gesprochen. Und Berge hat mich einfach so überzeugt, einfach gesagt, Berge was? Berge was? Berge. Shani kommt ja aus Frankfurt. Ich habe auch echt überlegt, nach Frankfurt zu ziehen. Da gibt es auch schöne Wohnungen. Aber Berge zu mir gesagt, willst du morgens in Frankfurt aufwachen und aus der Regne des Frankfurt rausgucken? Oder willst du in Mallorca aufwachen? So, ja, aber gut, wie soll man da noch argumentieren? Er hat schon ein bisschen recht, muss er schon sagen. Und wir sind in einer besonderen Situation, dass wir eben nicht irgendwie eine feste Arbeitsstelle in Deutschland haben, sondern halt mehr oder weniger von überall aus arbeiten können. Wobei es halt schon hilft, nicht in Indonesien zu sein wie Cheng, sondern irgendwie auch in Europa in der Nähe zu sein, wenn man halt Sachen hat, wie bei mir meine Räume. Ich muss für meinen Job eh halt immer wieder fliegen. Viel in Europa, aber auch in der ganzen Welt so. Ich könnte es mir schon echt gut vorstellen. Und wenn, dann wäre es auch schon dieses Jahr eigentlich. Deswegen mal schauen. Wir sind auch schon fleißig gewesen, haben uns ein bisschen hier Ecken auf der Insel angeguckt. Und wir nehmen euch nachher noch mit zu einer ersten Besichtigung. Okay, kurze Unterbrechung, Leute. Offensichtlich sind wir nicht in der Villa. Wir gehen gleich zurück. Aber ich habe mir ja viele Gedanken über alles gemacht, weil wir wollen wirklich auswandern. Nur wenn ich dann auf einmal nicht mehr in so einer kleinen 50 Grad Meter Wohnung lebe, oder hier ein Büro, das ist das größte, was wir im Moment haben, so ein Haus kann halt direkt mal übrigens dreifache oder vierfache davon sein. Da hat man keine Lust auf sauber machen und staubsaugen überall. Nur dafür habe ich natürlich was, Leute. Denn Roborock hat mir den neuen Roborock S7 Core Ultra geschickt. Oh, quick start, guys. Ich habe den noch nie in echt gesehen. Also packen wir mal schnell alles aus. Hello. Schönes Teil. Und hiermit wischt er eben. Ich nehme alles mit hier runter. This is nämlich here where the magic happens. Das hier wird das neue Zuhause. Gibt gerade übrigens auch eine Aktion, wo ihr den günstiger bekommt. Aber falls ihr euch fragt, was ist das Besondere daran? Hey, saugt nicht nur und wischt, sondern reinigt auch noch vollautomatisches Wischtuch. Und deswegen gibt es hier auch einen Abwassertank und natürlich einen Wassertank. Den füllen wir mal kurz auf. Das ist Haushaltsarbeit, die auch noch ich hinbekomme. Starten wir mal zum ersten Mal. Dann zeigt auch so drauf was. Und dann geht direkt los, Leute, in jede Ecke. Saugen und wischen. Alles im Eindruck. Ich muss nichts machen. Perfekt. Okay, mit Kamera da auch ein bisschen gefährlich. Aber er macht auch nicht sauber. Das Problem ist nur, unser Büro ist halt viel zu sauber. Wir machen jetzt, oh Gott, alter, übertreibt nicht. Direkt platziert. Schauen wir mal. Boah, da kommt er schon. Einmal rüber. Und jetzt ist einfach nichts mehr da. Ich sehe nicht mal mir die Handcreme. Das wird in einem Zug weggemacht. Das liegt auch an der Viparize-Technologie. Das ist nämlich, dass er hier hinten einen Lappen hat. Und den nicht nur hinter sich herzieht wie irgendwelche anderen Staubsaugerroboter, sondern der wirklich aktiv wischt, bis er auf den Teppich ist. So wie jetzt. Weil da wischt man nicht. Und das erkennt er automatisch und zieht es weg. So, und wenn er zurückgefahren ist, wird er automatisch hier ausgesaugt hier rein. Das dreckige Wasser kommt hier rein. Und neues Wasser wird wieder nachgefüllt. Karte vom Büro hat er hier in der App auch schon automatisch erstellt. Und ich habe hier zwei Bereiche gemacht. Studio und Arbeitsbereich. Weil du kannst in der App halt alles automatisieren. Also wann er hier saugen soll und wischen soll. Und wann da. Welche Saugleistung, welche Wischleistung. Alles, was man so braucht. Also Winschtaubsaugerroboter, Leute. Mit dem Roborock S7 Pro Ultra seid ihr gut aufgehoben. Das ist natürlich definitiv kein Einsteiger-Staubsaugerroboter, sondern das ist ein richtiges Premium-Modell. Wenn ihr wissen wollt, wie toll das ganze Ding ist, gerade gibt es eine Aktion, da ist ein bisschen günstiger, checkt den Link unten in der Beschreibung aus. Und ja, damit zurück nach Mallorca. Let's go. Jetzt go. Wollen wir mal in unsere zukünftige Gegend, oder was? Das ist übrigens unser Inselauto. Ein schöner Audi A1. Nices Teil. Ich liebe es, dass er diesen kleinen Luftengen das hier hat. Also der ist nur fake, aber es sieht einfach gut aus. So, das Mädchen? Ja. Tschüss. Tschüss, war die Kleine. Noch einmal Zuschauer kurz glücklich machen. Dann fahren wir mal los und gucken uns ein bisschen die Region an, wo wir denken, da könnten wir uns vielleicht ein Haus vorstellen. So, mein Schatz, jetzt fahren wir vielleicht zu unserem nächsten Wohnort. Ach, hier? Ja, irgendwie hier riecht es auch schon nach dem Hof ein bisschen. Oh ja. Wir ziehen aufs Dorf, Leute. Oh, ach, im Märzchen, so da oben. So stelle ich mir das tatsächlich vor dir auf. Das sind schon ein bisschen so Beverly Hills-Vibes da oben, so, ne? Das ist schon krass, wirklich. Atme drauf und schön hier, wirklich. Schon voll geflascht. Ich dachte, es ist so krass hier auch. Jetzt müssen wir nach links. Hier ist es. Das müsste es sein. Oha. Das ist so krass, Leute. Ja, leider auch am obersten Ende unserer Preiskala. Also, seien wir ehrlich, es ist drüber hinaus, aber wir wollten es mal angucken. Das ist so, ich bin so geflascht. Entschuldigung, du hast einfach komplett blaues Wasser. Und du hast Ruhe hier. Voll ist es zu leise hier. Und vor allem noch was ich will finden mit dem Berg. Ja. Einfach trotzdem noch diese Natur. Ah, ist so schön. Wow. Da drüben sind auch schon so Solarpanels drauf. Seht ihr das, Leute? Das fände ich halt auch richtig cool. Wenn man seinen gesamten Strombedarf autark decken kann. So richtig viele Solarzellen zu haben, dass man damit zum einen Warmwasser machen kann. Auch für den Pool, dass du den Pool das ganze Jahr überheizen kannst. Das ist ja krass. Und einfach so viel Strom damit selbst erzeugst, weil die Sonne scheint halt hier an so vielen Tagen im Jahr, dass du dir keine Gedanken machen musst um den Stromverbrauch. Dass du halt geiles Elektroauto fahren kannst und es immer zu Hause vollballern hier mit Strom. Du kannst Klimaanlage laufen lassen, wie du willst. Ein geiles PC zum Zocken und Streamen kannst du laufen lassen. Das ist eine gute Idee. Das wäre auf jeden Fall ein Traum, ja. Das wäre schon cool. Nachhaltig. Ja, aber es ist halt wichtig, einfach hier mal rumzufahren, so ein bisschen die Gegend zu erkunden, in der man dann potenziell leben würde. Es ist halt schon eine komplette Umstellung unseres Lebens. Weil wir gewohnt sind, so in großen Städten zu wohnen, alles zu haben. Und hier ist man dann zwar mit einem sehr coolen Haus, aber man ist halt so ein bisschen mehr alleine. Selbst im Bäcker ist es dann weiter weg. Dafür muss man einfach mal versuchen, so ein Gefühl zu bekommen. Okay, das ist Kalaratia. Das ist so die große Stadt dann hier in der Ecke. Hat so ein bisschen Ballermann-Vibe, so ein bisschen natürlich in die Richtung, aber sieht schon auch sehr, sehr nice aus. Herr Bergmann hat mir gesagt, ist wie Köln. Und du auch. Ja, ist es das, was der Herr Bergmann hat gesagt hat? Ja, Herr Bergmann meinte Kalaratia, ja. Ich hoffe. Irgend so ein Kalar-Ding. Das heißt ja alles Kalar, Kalar, Dor, Kalaratia. Ich muss es noch lernen, auf jeden Fall. Sieht aus, als gäbe es ja so ein paar nette Restaurants und so. Ich sehe jetzt, bisher habe ich noch keinen einzigen Besoffenen gesehen. I told you. Ich habe es dir gesagt, es ist echt hier, also gerade an der Strandpromenade, es ist richtig ruhig. Man hat schöne Restaurants, man hat da einen schönen Blick. Gucken wir mal, was zu essen finden. Also ich weiß halt nicht, warum ich mir erst Kalaratia gezeigt habe. Das ist mir natürlich nicht so gut gestellt. Aber hier Leute, so eine kleine Stadt, wie heißt die? In Ata. In Ata sind wir, so eine kleine Stadt im Inneren, sind so viele nette, kleine Geschäfte. Selbst die Inneneinrichtung haben wir schon was gefunden. Wir haben noch nicht mal eine Unterkunft, aber. Wir müssen einfach genau so Anfang einrichten und haben wir alles. Wir stehen schon mit den Koffern einfach hier und dann sind wir so, okay. Das sind schon coole Sachen, alleine wenn so ein Spiegel halt so eingefasst ist. Dann müssen wir noch eine Finca für uns finden. Und dann so ein Café mit so einem schönen kleinen Hinterhof. Schaut euch das Essen hier an. Der Café ist alles wirklich. Und dazu haben wir ein bisschen Immobilien hier zum Anschauen. Also, das läuft auf jeden Fall. Mitten bei der Besichtigung, Leute. Schauen wir uns gerade hier an. Ich gucke schon, hier könnte man so ein geiles Schreibtischchen machen. Immer in den Garten rausgucken. Wenn ich hier zum Beispiel am Schneiden bin. Hätte schon was, hä? Hätte schon was. Rekrutiert, aber ich will arbeiten. Ansonsten kann ich hier nicht so viel filmen, weil dadurch ist ja auch nicht perfekt. Aber so für die ersten Monate auf Mallorca könnte man schon machen. Es ist schon so cool, durch ein Haus durchzulaufen und sich vorzustellen, hier könnten wir vielleicht bald leben. Aber auch außerhalb der Häuserbesichtigung gibt es ja Sachen für uns noch zu erkunden. Wichtiger Check jetzt auch nochmal, wie sind die Supermärkte? Die Supermärkte sind halt wie Apotheke, Messgerei, Bäckerei, DM in einer. So Brotauswahl und Torten. Die Geburtstagstorte ist schon mal ready. Auswahl an Milchalternativen, sehr gut. Baristermilch. Wenn man Fisch mögen würde, würde man auf jeden Fall einiges bekommen. Käse, haben sie mein Lieblingskäse, Italki. Die Schinken-Auswahl auf jeden Fall eine Milliarde mal besser als Deutschland. Wow, schaut euch das mal an. Champagne Chani gibt es auch ganz sehr viel hier. Ganz wichtig natürlich, Süßigkeitenabteilung. Kein Land der Welt hat so gute Süßigkeiten wie Deutschland. Aber, weiß nicht warum, aber die finde ich ganz geil. Und die hier, die hole ich mir mal in Spanien. Es geht hier auch um Lebensqualität, weißt du, was du halt alles im Supermarkt kaufen kannst? Ich mag schon. Zum Beispiel Schinken ist hier sehr gut, aber Süßigkeiten zählt auch dazu. Ich habe Felix dir das Gemüse gezeigt, diese Riesentomaten. Ja, die sind auch gut. Und allgemein muss ich sagen, vom Preis her, viele Sachen ein bisschen teurer als in Deutschland, manche ein bisschen günstiger, aber es ist okay und du hast echt große Auswahl. Also es ist top und Süßigkeiten, da ist auch für mich gesagt. Ich kann euch verraten, wir haben schon die Zusage, dass wir ein Haus nehmen können. Wir warten jetzt noch ein bisschen und gucken uns ein paar Alternativen demnächst an. Aber ja, die Entscheidung rückt jetzt immer näher, dass wir wirklich nach Mallorca auswandern. Auf Instagram, wenn ihr noch mehr erfahren, in unserem Podcast gemütlich nachsitzen, rede ich auch darüber. Und dann wahrscheinlich auch hier wieder demnächst in einem YouTube-Video. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.